Wir haben einen Fernsehmoderator, Unterhalter und Kabarettisten, der jetzt Krieg gegen Russland führt. Entertainer Alfons Haider hat sich in einer Talkshow zum ukrainischen Präsidenten Volodymyr Selenskyj und zum Ukraine-Krieg geäußert. Seine Wortwahl sorgt für Aufregung, ein Versprecher für Schmunzeln. Wir haben einen Fernsehmoderator, Unterhalter und Kabarettisten, der jetzt Krieg gegen die UdSSR, er gegen Russland führt, so Haider in der Sendung wild umstritten auf PULS24, die am 27. März ausgestrahlt wurde. Tage später sorgen diese Äußerungen immer noch für Aufregung auf der Social-Media-Plattform X. Denn abgesehen von dem Hoppala mit der längst untergegangenen UdSSR, der 1991 endgültig aufgelösten Sowjetunion, stoßen sich viele an der Formulierung, dass Volodymyr Selenskyj jetzt Präsident, früher eben unter anderem Fernsehmoderator, Krieg gegen Russland führe. Zahlreiche Nutzer auf X wiesen darauf hin, dass Putin die Ukraine überfallen hat und sich das Land gegen die russische Aggression verteidigt. Empört war auch der ukrainische Botschafter in Österreich. Herr Alfons Haider, kommen Sie einmal in die Ukraine, um festzustellen, welch einen brutalen Krieg und barbarischen Terror Russland führt, schrieb er. Er teilte, wie viele andere, den Clip mit den Äußerungen Haiders. Bei dem rund 20-sekündigen Ausschnitt fehlt aber der Kontext. In der betreffenden Passage der PULS24-Talkshow ging es um Dominik Vlasny alias Marco Pogo, der als Musiker und Kabarettist in die Politik ging. Alfons Haider zählte dazu berühmte Querensteiger auf, die aus dem Entertainment in die Politik wechselten. Etwa Ronald Reagan, der als Schauspieler ein ganz ein schlechter US-Präsident geworden sei. Oder Beppe Grillo, gründer der Fünf-Sterne-Bewegung. Einen Clown in Rom, der alles an die Wand geknallt hat. So Haider. In diesem Zusammenhang lassen sich die Äußerungen von Alfons Haider mehr als Kompliment für Volodymyr Selensky deuten. Er zollte ihm dann auch Respekt dafür, dass er Präsident werden konnte, ohne ein Team am Anfang. Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine wurde Selenskyj Achtung dafür entgegengebracht, wie staatsmännisch er sich als ehemaliger Schauspieler und Clown verhalte.